Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Batman Arkham Origins. Ja, ob wir den Typen diesmal ausschalten können ohne, dass wir uns hier festbacken? Ich habe keine Ahnung. Ich überlege jetzt ja gerade nur. Ich bin hier drüben gespawnt. Aber wir müssen ja ins Polizeirevier. So viel steht ja schon mal fest. Und da unten sehe ich was. Die sagen, der Boss wurde von einem kalt gemacht, der sich der Joker nennt. Ich habe gehört, das war die Fledermaus. Hat ihn angezündet oder so. Total abgefahren. So oder so? Wenn der große Macker weg ist. Was sollen wir dann mit dem Zeug machen? Ganz einfach. Wir verdicken es und behalten die Kohle. Wer soll uns schon aufhalten? Hey, wenn er wirklich tot ist, was hält uns davon ab, alles zu übernehmen? Einfach eine schwarze Maske anziehen und fertig. Ha, keine schlechte Idee. Eine Maske anziehen. War das eine Anspielung auf mich? Ich habe hier mehrere Meldungen. Schicke sie nach Reihenfolge der Dringlichkeit raus. So, komm mal her, du. So, ausschalten. Wenigstens haben wir uns diesmal hier nicht festgepackt. So, ich schalte mal kurz hier. Au. Äh, schnüper, schnüper, schnüper. So, sehen mich die jetzt noch? Ich hoffe ja mal nicht. So, ähm. Der ist hier unterhalb. Dann könnten wir doch eigentlich, äh, den ausschalten, ne? So, kalt machen. Und wieder nach oben. Na, lass mich doch hier nach oben. So, unter mir war... Hier war doch gerade noch einer. Hm. Okay, die gehen hier hin. Der geht da hin. Oh, die stehen schon wieder so beisammen. Das ist nicht schön. Aber ich muss, denke ich, wieder durch die obere Tür, denn, ähm, die ist ja auch wieder orange gekennzeichnet. Aber die könnten sich so langsam mal wieder ein bisschen verteilen. Das wäre echt nett. Das wäre richtig nett. Aber irgendwie habe ich zwar das Gefühl, die, die wollen nicht mehr auseinander gehen. Kann das sein? Hm. Hm. Normalerweise brauchen die ja nicht so lang. Na doch, der erste geht schon wieder. Das passt. Na komm, geh ein Stückchen weiter. Oh, irgendwie, irgendwie habe ich wirklich das Gefühl. Ja, komm, 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 komm. Na, jetzt kommt da der Nächst. Äh, das kann ja noch was werden hier. Komm, bewegt dich, bewegt dich, bewegt dich. Wenn du natürlich jetzt noch ein Stück nach links gehen würdest. Na ja, ich könnte probieren, die beide auszuschalten, aber da kommt schon der dritte. Wieso sind die eigentlich alle so noch, äh, noch so nervös? Ich habe da im Moment gerade gar nichts gemacht. Die könnten sich mal wieder beruhigen. So, haben wir hier eine Position weiter. So, das sind jetzt zwei. Die müsste ich ja eigentlich packen. Ja. Der könnte natürlich jetzt auch hier links rumgehen. Oder der andere geht weg. Genau. Perfekt. So, wir schalten den hier auch gleich aus. Okay, haben wir. Und einmal wieder hier auf unsere erhöhte Pose hoch. So. Dann ist der als nächstes alleine. Äh, wieso kann ich ihn denn nicht mit dem Gleitangriff angreifen? So, komm her. Ausschalten und wieder nach oben. Zack. Okay, da waren es nur noch zwei, oder? Wenn ich richtig gezählt habe. Ähm. Ja. Ach komm, wir probieren es. So, ausschalten. Und jetzt noch schnell den anderen. Na, ist mir egal, ob du Sichtkontakt hast oder nicht. Du bist down. So, aber die Tür ist, glaube ich, verschlossen, ne? Ich sollte dort in die Kanalisation einsteigen, wo ich letztes Mal rausgekommen bin. Boah. Als ob ich das noch weiß, habe ich jetzt das hier oben wirklich umsonst gemacht? Wo bin ich denn da rausgekommen? Okay, ich muss, ich muss aber in die Richtung. Muss ich wirklich da runter? Sieht fast so aus. Ach komm, wir probieren es einfach. Boah, erst mal den hier. Das sind ein bisschen viele. Das sind ein bisschen arg viele. Aber ich glaube, das überlebe ich nicht. Nee, das, das, das überlebe ich nicht. Ich habe auch gerade eine beschissene Sicht. Was macht denn das Spiel gerade? Ey, das ist zum Kotzen, ne? Ich konnte die Sicht gerade nicht ändern. Oh Mann, oh Mann. Okay, Jungs. Schaff diesen Dreck hier raus. Hä? Das nervt mich jetzt schon wieder. Aber ja. Die Joker-Fratze. Ich bin ja sowieso mal gespannt, wie viele Teile das wir noch zusammen kriegen. Das sind jetzt doch schon über 30 Parts oder über 35 Parts. Und er hat keine Kontrolle mehr über seine Gang. Nö. Und irgendein neuer hat seine Gang übernommen und all dieses Zeug gemacht. Jupp. Und das ist der Typ, der die Wache hochjagen wollte. Jupp. Und der ist jetzt im Blackgate? Oh, nicht. Hört doch auf, hier mit Waffen zu schießen. So, jetzt aber. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das auch nicht reichen wird. Oder vielleicht doch. Ich muss halt erstmal die Normalen hier ausschalten, ne? Scheiße. Keine Handschuhe mehr. Guckt euch das mal an, wie viele das sind, ne? Ne, das schaffe ich nicht. Wie will man das schaffen? Das sind 15 Gegner oder so. Oh Gott. Wie mache ich das? Ich weiß auch gar nicht, ob ich da rein muss. Soll ich da jetzt wirklich einzeln von hinten aufräumen? Ja, wir probieren es einfach. Wir probieren das. Wir probieren das. Hm, 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 hm. Du sagst also, Black Mask ist nicht tot? Nö. Und er hat Lob nicht getötet? Nö. Und er hat keine Kontrolle mehr über seine Gang? Nö. Nö. Und ein Neuer hat seine Gang übernommen und all dieses Zeug gemacht. Jupp. Und das ist der Typ, der die Wache hochjagen wollte. Jupp. Und er ist jetzt im Blackgate? Wenn ich jetzt hier einen angreife, ne, dann kommen ja die anderen auch. Willst du hier das mal? Nö. Wie mache ich das am geschicktesten? Mal überlegen. Aber ich muss da hinten rein, da. Ich komme da gar nicht anders rund um. Oh. Oh. Hört doch auf zu schießen. Mann, 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 Mann. So, als einen hätten wir schon mal. Bedrohung sehr niedrig. Muss ich das jetzt wirklich so... Aua. Da hat er mir voll ins Kreuz geschossen. Also der Typ da hinten, der nervt mich ja schon ein bisschen, ne? Daneben. Oh Gott, nervt mich nicht. Zumindest ist der Sniper da drüben jetzt mal weg, der mich hier wirklich tierisch genervt hatte. So, passt mal auf. Sind wir jetzt hier mehr als vorher? Ja. Au. Au. Au, hör doch auf jetzt. Boah. Ich krieg die Krise, ne? Diese Drecksniper. Wo ist der Typ? So. Oh, jetzt komme ich hier. Äh, schlechte Idee. Okay. Spür den Kerl auf. Sniper down. Hm. Boah, da sind so viele. Das ist echt nicht schön, ne? Was wäre... Was wäre... Au. 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 Boah, wir müssen echt mal hier ein Stück weg. Das ist echt nicht mehr feierlich. Ach, da könnte ich mir wieder ein neues Datenpaket holen. Ei seh. Und es ist ein neues Ding. Also das ist irgendwie ein 1erthis bei dir. Vielen Dank.